Musik Guten Morgen! Heute gibt es einen kleinen Vlog. Und zwar ist heute Montag und ihr dürft mich ein bisschen den Tag über begleiten. Sozusagen als Ding wegen dem Samstagsvideo, weil das war wirklich nicht so cool. Und das Video seht ihr auch morgen oder übermorgen. Ihr habt gerade gesehen, was ich gemacht habe und ihr wartet hier jetzt übrigens auf sein Like-Fally. Und das bekommt ihr jetzt, bevor er mich auffrisst. Ja, auf jeden Fall habe ich heute frei und deswegen lasse ich mir, das geht super für dieses kleine extra Video. Akku und ich waren auch im Flusskneipen. Sehr kaltes Wasser, sehr kaltes Wasser. Ich muss mein Bett besitzen. Ansonsten kriege ich, glaube ich, Ärger mit meiner Mom. Und dann werde ich ein bisschen chillen und einfach ein bisschen YouTube gucken. Und euch aufladen, weil der Akku blinkt. Und ich habe noch keinen zweiten Akku für meine Lumix. YouTube gucken ist erfolgreich und oh mein Gott, es ist sowas von genial. Und zwar bin ich in einem Video von Tanja. Der Kanal heißt Matchich Sing. Du und dein Video gehörten schon zu meiner Abendstin und Mittag zu. Ich finde, du und deine Familie seid wirklich eine richtig, richtig tolle Pfanne. Und ich hoffe, du machst noch lange, lange weiter mit YouTube. Bleib so nass und lieb, wie du bist. Und mach einfach weiter so, denn deine Videos sind klasse. Es ist so ein geiles Gefühl, im Video von seiner Lieblings-Youtuberin zu sein. Ich habe jetzt fertig gegessen. Und jetzt muss ich mich fertig machen. Denn wir fahren Österreich. Oder besser gesagt auf die Grenze von Österreich als Sicilian. Denn wir danken dort und dann darf ich ins DM gehen. Ich habe dort immer so einen riesen Einkaufszettel. Seht ihr auch manchmal in meinen Hauls. Einkaufszettel, Handy und jetzt geht's los. Ciao. Ich sollte jetzt hier eigentlich die Tasche auspacken. Aber ich bin es mir zu faul und dreh lieber ein Video. Weil das weniger Arbeit ist. Hi. Ja, jetzt bin ich doch endlich mal am Aufräumen. Und mein Zeug wegmachen. Ich bin so gut. Nach gefühlt 1000 Jahren. Oh, es ist halb acht bereits, wie schnell so ein Tag eigentlich rumgeht. Das ist voll krass. Ich war gerade mit dem Hund draußen, habe dem Essen gegeben. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen der Musikanten zugeguckt. Die haben nämlich den Kirsch der Michel begraben. Und jetzt alle so, was ist Kirsch der Michel? Wir haben Kirchtag gehabt, dieses Wochenende. Und da steigen sie einen Baum auf mit so einer Puppe drauf, die Kirsch der Michel heißt. Und den begraben sie dann immer, standesgemäß am Montag. Total genial. Ich gucke das immer voll gerne. Obwohl es ziemlich waghäßig ist. War sehr mitten auf der Straße laufen. Aber es ist trotzdem geil. Ich werde mir jetzt nochmal was zum Essen suchen. Weil ich habe Hunger. Und damit wünsche ich euch jetzt eine gute Nachricht. Ich hoffe, es hat euch dieser kleine Block gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr dem Video sehr gerne ein Dörbchen nach oben geben. Und wir sehen uns Samstag mit einem Manga-Update.